Wo ist das? Wo ist das Ergebnis einschauen? Ja, es ist ja. Ihr seid die Bestättenstatistin. Geht durch und schaust, ob sie es nicht weggeschrieben haben. Du hast nicht weggeschrieben. Seid ihr euch schon? Das sagt man nicht. Wo ist jetzt noch was schreiben? Jetzt muss da ein Schüler aussagen, der so die Flüsse umgeschrieben hat.